Ja gut, ich muss irgendwie zusehen, dass ich da eine Lösung für finde. So, 5 von 11, gut. Die 2 Minuten warte ich noch. Was ist hier? Da sind es 43 Sekunden. Was hatte ich mit der EG-13 Haze jetzt vor? Ah genau, das. Das hatte ich damit vor. Ja, gib mal her. Du alte Halunke. Genau, warte mal, was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir Mund und Zeug, Blaubeeren und Pilze und eine Flagge. Blaubeeren, Pilze, Mund und Zeug und eine Flagge. Ah, dann brauche ich noch die Sorte mit dem Auge. Okay, jetzt dauert es nochmal lange, dann nehme ich dafür gerne den Dünger. Jetzt habe ich es übertrieben. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das braucht 6 Minuten, das hilft mir jetzt nicht weiter. Wenn ich jetzt aber das Mehl aufheben könnte. Ja, das könnte ich jetzt machen, aber das würde ich ja ganz gerne noch hinaus zögern, damit der Kuchen auf jeden Fall rechtzeitig fertig wird, weil ich die Brownies ja gerade überhaupt nicht brauche. Ja, das ist Kacka. Und zwar so richtig Kacka. Für dich und mich, lalalala. Ja gut, okay. Dann muss ich jetzt mal wieder irgendwas verchecken. Okay, nehmen wir Afghani, weil es schnell wächst. So, jetzt kann ich das Mehl schon mal aufheben. Jetzt fehlen aber noch 12 Platze für... Ach, scheiße, jetzt habe ich ausgerechnet die... Die Afghani vercheckt. Aber gut, ist nicht schlimm, Afghani habe ich noch. Nein, das ist auch falsch, da will ich jetzt auch nicht hin. Ich muss noch was verchecken. Möglichst irgendwas, von dem ich viel habe. Ja, sowas zum Beispiel wäre wahrscheinlich schlau, aber das kann ich ja immer nur im... Kann ich ja immer nur im Dreierpack verkaufen. Machen wir so. Ist zwar ein bisschen Kacka, gibt aber Schlimmeres. Also, Mehl habe ich. Jetzt brauche ich nur noch Afghani. Schnipp. Das hat hingehauen. Also... Oh, und zwar genau. Kuchen... Brownies. Jetzt habe ich wieder Platz. Das kommt. 20 Skunk. Habe ich hier irgendwo noch eine Skunk? Ja, hier. Ah. Ah. Hat aber natürlich nicht gereicht. Aber nicht so schlimm, hier ist ja noch eine Skunk. Schnipp. Jetzt haben wir genug Skunk, aber diese Mund-Lotion-Werbung, Sorte fehlt noch. Haben wir jetzt. War trotzdem zu wenig. Zu viel für alles. Okay. Nehmen wir hier nochmal ein bisschen Skunk weg. War das zu viel? Ne. Genau gepasst. Gut. Bamm. Dankeschön. Dünger, Marshmallow. Das haben wir gerne. So, der Honig hier, das wird noch ein bisschen dauern. Aber bringt eine Menge Kneten ein. Also wäre Honig schon nicht dumm. So, also für Honig, hatte ich gesagt, brauche ich Sourdiesel und Hindukusch. Also, Sourdiesel, Hindukusch. So, wie weit bin ich hier? Gut, ich muss nur auf die Sorten hier warten. Eine habe ich jetzt schon abgeschnitten. Und die anderen zwei kommen noch. Zack. Okay. Zweimal Afghani dürfte das sein. Einmal Afghani. Zweimal Afghani. Okay. Das ist echt unangenehm. So, okay. Jetzt schauen wir mal hier nochmal in den Laden. Ich habe noch... Oh, Roboter. Dachpappe. Warte mal, wie viel Dachpappe brauche ich denn noch? Für das Haus habe ich alles. Ich habe doch hier nochmal... Ich bräuchte ein bisschen Dachpappe, ein bisschen Tapete. Wie viel Platz habe ich hier noch drin? Und ich habe auch hier keinen Platz mehr. Ich gucke jetzt trotzdem an, was mir entgeht. Wenn jetzt hier plötzlich Keramikkacheln drin sein sollten. Also, die Roboter würde ich ja schon ganz gerne auch so an mich nehmen. An mich reißen. Ach so, genau. Wie sieht denn das aus? Kann ich hier eigentlich so ein Haus leveln? Roboter habe ich. Nee, da fehlen noch Bilder und Zeug. Nein. Ah. Plastikkisten. Und Schippen. Ach, hör doch auf. Oh, ich glaube... Okay, es hat sich gerade geändert. Jetzt sind die Schippen eh weg. Oh, Mann. Ja gut, aber ich habe ja gerade auch Scheiß repariert. Also, beziehungsweise... Ja doch, habe ich. Und dadurch Scheiß bekommen. Aber dann muss ich das jetzt mal so regeln, dass ich jetzt also... Hier Stück für Stück irgendwelche Sachen baue und das, was ich nicht brauche, direkt verkaufe, vorausgesetzt... Ich habe Platz in der Apotheke. Aber so richtig... Und so richtig viel entgeht mir gerade nicht. Bam. Dankeschön. Marshmallows. Vier Stück. Marshmallows gibt es bei Omi, ne? Dafür brauche ich eine Northern Lights. Ich brauche die Camdog für irgendwas. Hier nicht. Hier nicht. Hier könnte man es verwenden. Schmallow zack. Schmallow. Schmallow. Oh. Schmallow. Mm. Oh. Mm. 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 Vielen Dank.